zu Subnautica Folge 5 und ja, letztes Mal haben wir die mobile Fahrzeugstation uns rangeholt und heute wollen wir die Teile für die mobile Fahrzeugstation holen und vielleicht sogar die Seebahn bauen mal schauen, ob wir schaffen, auf jeden Fall starten wir gleich mal ganz schön rein mal gucken ich hoffe also, was brauchen wir für die mobile Fahrzeugstation Titanwachen, Schmierstoff und Computerchip klingt mal nicht so schwer haben wir gleich mal ein Kupferdraht Tischkorallprobe, 2 Stück und ein Gold 2 Tischkorallenproben und Gold mal schauen vielleicht haben wir ja hier was Vorrat anziehen wir haben ein Gold nehmen wir das Titan auch mal wo finden wir Tischkorallenproben ist das denn eine Tischkoralle mal gucken, was hier so ist wir werden bestimmt was finden wo die Tischkorallen sind ganz bestimmt die werden hier gleich irgendwo sein und dann wir werden hier gleich gucken nach Tischkorallenproben nur ich muss mal gucken wo hat diese Tischkorallenproben es geht die Energie aus von unserem schönen Seegleiter was mir nicht so gefällt was die Energie ausgeht finde ich jetzt nicht so das Beste aber ich frage mich echt wo Tischkorallen sind weil jetzt ab Nautica im ersten Teil nicht below zero da sind die überall und hier finde ich sie nicht ich bin schon wieder fast wo bin ich ah das ist die Anfangswebe da wo wir gekommen sind am Anfang ähm was hat es denn hier wo hat es den Tischkorallen das muss doch hier irgendwo haben weil das kann ja jetzt auch nicht so weit weg sein Tischkorallen 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 braucht man zum Leben da 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 mal gucken wo die Tischkorallen sind hier geht man rein nimmt die zwei Säckler mit und geht wieder raus nach oben und wieder rein hey mich recht so auf wo sind die Tischkorallen na 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 könnte gleich für Schmierstoff das einen da mitnehmen hier dran wächst diese Büsche kann ich gleich für Schmierstoff mitbringen Büsche wo sind diese ach da wohnt aber auch noch was ich stepp ich stepp 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 guck mal bei uns ist auch noch da holen das sind Fragmente einer Signalboje schön schön Medikit und ein Wasser kann man immer gebrauchen hier ist nicht mehr hier vielleicht eine schöne Tischkorallenprobe drin ja wo die Tischkorallen sind frage ich mich halt jetzt wirklich weil hier muss ja irgendwo Tischkorallen haben also ihr müsst auf jeden fall gleich hier wo sein die Tischkorallen weil die können ja nicht so weit weg sein weil ja brauchen wir halt gleich am anfang braucht man gleich die Tischkorallen die können ja dann nicht weit weg sein wäre ja ein bisschen unlogisch von den spielerstellen die irgendwo weit weg in einem anderen biome zu finden ja wenn man jetzt jetzt mal spielst kann man ja nicht am anfang wenn man ein Fahrzeug will alles durchkämpfen nur dass man die Tischkorallen findet kenne ich keinen der das machen würde das sind sie halt nicht die Tischkorallen hier Pils kann man die dafür nehmen ja aber kann man essen ja das ist ja cool dann kann man hier ein paar Ringerpilze was trinken am besten noch aber hier müssen die doch gleich zeigen diese Tischkorallen proben weil die können ja nicht weit weg sein weil das ich finde es einfach nur unlogisch wenn die weit weg wären so dann machen wir hier mal das und dann noch das Titan machen und mehr brauchen wir aber auch am Anfang hier gleich nicht hier haben wir ein Torbjuter ja das ist halt jetzt die Frage sorry dass ich gerade geschrien habe wo sehen wir die Tischkorallen proben her oh yeah oh yeah 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 wo kriegen wir sie her 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 das ist die Frage Frage ich jage die Frage ich jage 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 ja die Frage okay komm warte 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 ich bin ja natürlich schlau und weiß dass wir die bestimmt vom Land bekommen hm es ist so nicht immer man muss an Land für irgendwas gehen wenn die jetzt der Platz sind ich wette ich verlos ich verlos 5 ich verlos Spaß natürlich nicht wenn die am Land sind ich wette halt dass die am Land sind die sind halt 100 pro am Land weil die mich immer verarschen wollen die Spielaufsteller das regt mich auf dass die mich immer verarschen wollen Frischkorallen wo seid ihr was ich jetzt mach haha zum Glück habe ich die Quette jetzt schon weil ich wusste dass hier keiner hat man hier muss doch irgendwo Tischkorallenproben haben aber haben weil irgendwie muss ich die ja irgendwo herbekommen ich kann ja nicht sagen man braucht Tischkorallenproben und dann gibt es die nirgends ich glaube jeder Spieler wird gerade so wie ich irgendwo rumlaufen und dann besuchen und findet es nicht und das ist solche Sachen die mich richtig aufregen solche einfachen Sachen findet man nie wisst ihr was ich guck mal ganz kurz was ähm 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 Sehbahn können wir für die gleich mitfarmen oh ne bitte nicht für adäquat kann man die orten bingo ich orte die jetzt einfach wird mir zu dumm ich widerstelle denke auch die können mich hier rumkommandieren oder ich orte die einfach mir doch egal für erweiterten Kabel trinken beer wir haben noch ein Silber schlimmster Tag im Leben schlimmster Tag im Leben das ist nur mein Leben da 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 der schlimmste Tag im Leben da 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 der schlimmste Tag im Leben mhm mhm da 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 mhm mhm da 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 oh oh ja mir macht's nur Bock aber fällt mir nicht nicht da 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 du du na 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 sing it last ha 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 hab ich Kupfer hab ich Kupfer hab ich Kupfer nein hab ich nicht so ein shit bitte sag bitte sag ich hab ein Blei oh ja ah la 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 ich hab Kupfer nein wo ja wo hab ich Kupfer ja wo hier hab ich Kupfer oh ho ho hier hab ich Kupfer oh ho 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 hier sucht nicht ja die sucht nicht ja die sucht nicht ja die geht nicht ja die Batterie ist leer und das ist scheiße die Batterie ist leer Batterie ist leer die Batterie ist leer oh je oh je ja ich singe heute mal ja ich singe heute mal das findet ihr bestimmt nicht toll Aber mir egal, ich singe heut' bei mir, ich habe heut' keinen Bock Oh ja, lalala, 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 ich will zu der Frau Oh, lalala, 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 lalala Abobankle, tixi dodole, i Lalala, 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 lalala lalala Lala, lalala, lalala, lalala Mitfekt da, traumatic da braucht er ne IG Ja, dasgili ich nie Ja, das hab' ich nie Im Co-o-o-o, wenn sie vor-o-o-o, da ich singe, 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 und mir ist Bock, Bock macht. Ihr schaltet lieber ab, weil ich bin ein bisschen geflab. Kurz vor Kasse, kurz vor Kasse, ja, mir macht so Bock. Ich singe, 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 ich finde es bestimmt nicht toll. Ich weiß, ihr findet es nicht toll, aber ich, ich, ich. Ich finde es toll, toll, toll. Oh, 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 oh. So mach ich mich unbeliebt, aber mir ist das egal, weil ich, ihr macht es Spaß. Ein, macht, mir macht es Spaß, YouTube-Videos zu machen, auch wenn's keiner anguckt. Mir ist das egal, weil ich gucke es halt trotzdem, dass ich welche mache. Es gibt den einen oder anderen, den meinen Kanal gefällt. Ja, ich mache das nur, dass ihr was zu gucken habt. La la la, la la la. Last Support da für Spielbär LP, weil der hat mich ganz so inspiriert. Oder auch Paluten, Germ Let's Play und alle meine Lieblings-Youtuber. Findet ihr in der Beschreibung. Oder auf meinem Kanal, eher gesagt, da findet ihr alle meine Lieblings-Youtuber. Einfach gucken, da findet ihr alle. Da, 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 da. Da, 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 da. Du, 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 du. Da, 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 da. Wetten, euch macht es keinen Spaß, dass ich hier die ganze Zeit singe. ich fick gleich keine Luft mehr und ich bin gleich tough o 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 3-2-1 GO Oh, 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 oh. Hey, hey, schnell die Abkuttung. Ja, das ist nämlich nicht dumm. Ich fahr so schnell ich kann. Ich meinte, ups, schon nicht. Ich beeil mich, ich beeil mich so schnell ich kann. Und dann renn ich aus Rand und Band, weil ich es kann. Warning. Pass in 100 m. Was ist das? 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 Signal location Ich muss hier hoch Scheibenkleister Ich muss hoch Hier nicht wieder in so eine Scheißhöhle rein Fuck Die ein oder anderen Zuschauer die mich nicht mögen Denken sich jetzt hoffentlich stückte Ich bin der F Ich komme nicht lebend raus Beheilung Beheilung Oh Gott Habe ich Glück Oh Rauskommen So Glück hatte ich nicht So ein Glück hatte ich Das war Glück Aber Ja Ich gehe jetzt wieder zur Rettungskapsel Und das war da auch schon diese Folge Und ich muss mal gucken In einer anderen Map Wo es diese Tischkorallen hat Also gehe ich dann noch kurz zur Rettungskapsel Oder vielleicht auch nicht Ja ich gehe in die Rettungskapsel Und dann beende ich auch schon Diese Folge Wie schnell die Folgen immer zu Ende gehen Sonntags wisst ihr ja Morgen Kommt keine Folgen raus Also bis dann Bis Montag Ciao 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 Ciao